Musik Keramik aus dem 3D-Drucker. Schnell und kostengünstig dank patentierter Technik, was bisher nur Kunststoffen und Metallen vorbehalten war, nämlich die Anfertigung von Bauteilen in 3D-Druckverfahren, gelingt dank der Lösung der LITOS GmbH nun erstmals auch mit Hochleistungskeramik. Das patentierte LCM-Verfahren aus Wien ermöglicht nun weltweit als erstes die flexible Herstellung präziser und einsatztauglicher Einzelstücke und Kleinserien. Mit bereits vier erteilten Patenten ein Wiener Welterfolg. Der virtuelle wienerische Flohmarkt am Smartphone. Als 2012 die App Spock erschien, der Name steht für Shop in your Pocket, war der durchschlagende Erfolg noch nicht abzusehen. Aber bereits nach elf Monaten hatten eine Million Userinnen und User das Potenzial der Lösung erkannt. Heute sind es bereits über 8 Millionen, die auf der im deutschsprachigen Raum wohl beliebtesten Flohmarkt-App der Findeli GmbH private Waren im Wert von gegenwärtig über einer Milliarde Euro anbieten und kaufen. Spock besticht durch einfachste Bedienung und standortbezogene Filterung der Angebote. Das erste Online-Reisebüro für Gruppen. Tourradar verbindet bekannte Eigenschaften bekannter Anbieter für Online-Flug- und Reisesucher mit der einzigartigen Fähigkeit, damit mehrtägige Gruppenreisen anzubieten. Weltweite Angebote werden durch Wiener Know-How auf einen Klick aggregiert, mit Bewertungen versehen und als nützliches Extra mit einer Kommunikationsplattform ausgestattet. Das macht das Service der Tourradar GmbH zu einem echten Gewinn für Reisegruppen. Über 20.000 Touren aus aller Welt können verglichen und direkt gebucht werden.